Schon mal mitten im Pazifik auf einem schwimmenden Saal gesessen. Segel setzen! Die Segel entfalteten sich knallend im Wind. Kuss Südsinnost! Kuss Südsinnost! Kuss! Lebt an! Da stehst du nun am höchsten Punkt der Welt. Und das Schiff fliegt dahin. Als wären die Masten riesiger Stelze. Unter dir in großer Tiefe aller Arten von Fischen, von Seeungeheuert. Du kannst sie spüren. Und um dich her, rings, mehr, soweit das Auge reicht. Auf eine Rollwege vor der Mauke реellete Runde – use, did we words? Uwea! 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 Das wär ja Plotmann. Hands Kopp wie gedankrankt. Bam! Dann entspricht einem ganzen Schiff in den Grundver certification. Schiffe mit Pequot. Drei Schiffe wie die Piquot. Seht ihr diese Goldtublon? Nage sie fest am ersten Mast. An dem Tag, an dem ihr Land riecht, wo keines ist. An dem Tag wird A und. Meine Eisen, Quikwack, meine Eisen. Wie ein Korkenzieher, verdreht und verbogen in ihm. So viele haben ihn gejagt. Aber wie heißt er? Quikwack, wie ist sein Name? Sein nicht Moby-Dee. Kommt, Falkneiren, Käpt'n! Nie mehr werd' ich mich loslassen. In die tiefste Hölle wird mir kein Hass folgen. Nie mehr werd' ich mich loslassen. In die tiefste Hölle wird mir kein Hass folgen. A, 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 A... Stehe! Vielen Dank.